Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von 101 Sekunden. Die Leitmesse der Energiewirtschaft, die eWorld Energy & Water, schloss mit einem Besucherrekord. Zum Branchentreffpunkt der europäischen Energie- und Wasserwirtschaft kamen in diesem Jahr erstmals über 20.000 Besucher. 580 Aussteller aus 20 Ländern präsentierten Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Strom-, Gas- und Wasserwirtschaft, Energietechnik und Energieeffizienz. Der Absatzmarkt für Solarwärmeanlagen ist in 2011 um knapp 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden 149.000 neue Sonnenheizungen installiert. Damit wuchs der Gesamtbestand auf jetzt 1,66 Millionen Anlagen. Diese Zahlen haben der Bundesindustrieverband Deutschland, Hausenergie- und Umwelttechnik und der Bundesverband Solarwirtschaft herausgegeben. Eine Glasdusche mit Infrarot-Thermewärme hat das Unternehmen NEHA vorgestellt. Die NEHA Intense verbindet die Vorteile von Wärmekabinen platzsparend integriert in eine Duschkabine. Die entspannende und gesundheitsfördernde Wirkung der Tiefenwärme kann dabei gleichzeitig zur Dusche oder Trocken als reine Infrarot-Anwendung genossen werden. Informationen zur NEHA Intense gibt es unter der eingeblendeten Internetadresse. Der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima und der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik haben eine gemeinsame Marketingkampagne gestartet. Wir wollen die Handwerksbetriebe dazu bringen, ihren Kunden schon heute eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe einzubauen, erklärt Elmer Esser, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes. Das sei ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Die Fachbetriebe können sich mit einem Pumpentausch gegenüber ihren Kunden als echte Hersteller von Energieeffizienz beweisen, so Esser abschließend. Leichtathletik-Fans aufgepasst! Danfoss verlost anlässlich der Olympischen Spiele in London ein VIP-Paket für zwei Personen für die Leichtathletik-Finals am 11. August, inklusive Flug, Übernachtung und Verpflegung. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unter der eingeblendeten Internetadresse möglich. Bis zur nächsten Ausgabe von 101 Sekunden. Dann berichten wir live von der SAK-Messe in Essen.